Die neue Capri-Sonne ist da! Meine Kinder lieben Capri-Sonne und ich finde das gut, denn Capri-Sonne wird aus rein natürlichen Zutaten hergestellt. In die neue Capri-Sonne kommen nur ausgewählte Sonnenfrächte aus kontrolliertem Anbau. Und das schmeckt man. Capri-Sonne, da können die Kinder ruhig öfter mal zugreifen. Aber die ist für mich. Die neue Capri-Sonne, beste Qualität, bestätigt durch Institut Fresenius. Capri-Sonne, die hat's in sich.